Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute erkläre ich dir in sieben einfachen Schritten die Vorfahrtsregel rechts vor links. Vorfahrtsfragen gelten mit unter anderem als die schwierigsten Fragen und geben deshalb in der Prüfung auch immer 5 Fehlerpunkte. Beantwortest du zwei dieser Fragen falsch, gilt die Prüfung als nicht bestanden. Ich erkläre dir jetzt anhand sieben Fragen die Vorfahrt. Pass also gut auf. Eine Sache noch, in Zukunft werde ich Videos zum Thema Auto- und Motorradführerschein machen. Diese werde ich dann immer mit diesem Symbol kennzeichnen. Wenn du also nur Interesse an einem Autoführerschein hast, dann schau dir die Videos mit diesem Symbol an. Wenn du auch den Motorradführerschein machen willst, dann natürlich auch die Videos mit diesem Symbol. Wenn ich Fragen aus dem Grundstoff für dich erkläre, werde ich sie immer mit beiden Symbolen kennzeichnen. Diese Fragen sind besonders wichtig für beide Klassen. Es lohnt sich also auch diese Videos aufmerksam anzuschauen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Welches Verhalten ist richtig? Okay, wir haben eine Kreuzung, keine Verkehrszeichen. Es geht ja heute rein um die Regel rechts vor links. Dementsprechend das Fahrzeug, welches von rechts kommt, darf immer als erstes fahren. In dem Fall der Radfahrer. Wir müssen warten. Also kreuzen wir nur diese Antwortmöglichkeit an. Ich muss warten. Welches Verhalten ist richtig? So, wir haben wieder einen Radfahrer von rechts. Dementsprechend darf der Radfahrer zuerst fahren. Ein Motorradfahrer von links, der interessiert uns eher weniger. Denn der Motorradfahrer muss uns zuerst fahren lassen. Wie gesagt, Vorfahrtsregel rechts vor links. Wir konzentrieren uns nur auf die rechte Seite. Der Radfahrer darf zuerst. Motorradfahrer muss warten. Erste Antwortmöglichkeit. Ich darf vor dem Motorradfahrer fahren. Das ist richtig. Ich muss die Radfahrerin durchfahren lassen. Das ist auch richtig. Die Radfahrerin muss mich vorbeifahren lassen. Nein, das stimmt nicht. Denn wie gesagt, der Radfahrer oder die Radfahrerin befindet sich rechts von uns. Alle Fahrzeuge stehen schon einige Sekunden an der Kreuzung. Wie sollten Sie sich in dieser Situation verhalten? Okay, wieder eine Kreuzung. Wir haben jetzt vier Fahrzeuge. Alle sind anscheinend gleichzeitig hier angekommen. Und jetzt sind wir in einer kleinen Dilemmasituation. Denn rechts von uns steht ja ein grüner Pkw. Der hat Vorfahrt vor uns. Dann hat der grüne Pkw rechts von ihm einen blauen. Und der blaue hat rechts von ihm einen roten. Und neben dem roten rechts, neben dem befinden wir uns. Das heißt, jeder hat ja Vorfahrt vor dem anderen. Das gibt ja einen riesen Chaos. Und da gibt es einen kleinen Trick. Und zwar heißt es immer, dem linken sollst du winken. Also wir haben Vorfahrt vor dem roten. Und wir verzichten jetzt auf unsere Vorfahrt, indem wir dem linken die Vorfahrt geben. Also wir winken ihn durch. Und damit lösen wir das Problem. Denn dann können wieder alle Fahrzeuge fahren. Wir sind zwar die Letzten, die fahren, aber wir haben das Problem gut gelöst. Und deswegen werden wir... Ich verzichte mit eindeutigem Handzeichen auf meine Vorfahrt. Die letzte Antwortmöglichkeit ankreuzen. Welches Verhalten ist richtig? So, aufgepasst. Hier besteht eine Verwechslungsgefahr. Und zwar lassen sich viele von diesem Verkehrszeichen hier ablenken. Das ist kein Vorfahrtsregeln des Verkehrszeichen. Es ist ein Verbotszeichen und sagt einfach nur, dass du in diese Straße nicht einfahren darfst. Also Verbot der Einfahrt bedeutet dieses Verkehrszeichen. Hat aber nichts mit der Vorfahrtregel zu tun. Denkt ihr dieses Verkehrszeichen von mir aus weg? Ja, es ist eine ganz normale Kreuzung mit Vorfahrt von rechts. Also der Motorradfahrer darf hier wieder zuerst fahren. Rechts vor links. Wir müssen warten. Wer muss warten? So, natürlich gibt es auch gewisse Ausnahmen bei der Regel rechts vor links. Und zwar, wenn du zum Beispiel aus einem Feldweg rausfährst. Wir sind hier auf einer Landstraße und rechts neben uns kommt ein Fahrzeug aus einem Feldweg raus. Da gilt die Regel rechts vor links nicht. Also in dem Fall muss das Fahrzeug, welches aus dem Feldweg rauskommt, warten. Dann gibt es die Frage nochmal andersrum. Sie wollen nach links abbiegen. Wer muss warten? Jetzt kommen wir aus dem Feldweg raus. Ja, wir kommen zwar rechts von diesem blauen Fahrzeug, aber wir kommen aus einem Feldweg und dementsprechend müssen wir warten. Was ist in dieser Situation richtig? Okay, es gibt auch ein Verkehrszeichen, welches dich warnt vor einer Kreuzung mit Vorfahrt von rechts. Also Gefahrenzeichen sind hier immer rot, dreieckig mit der Spitze nach oben. Und in dem Fall ist hier so ein X drauf. Und das bedeutet, dass du an der nächsten Kreuzung die Vorfahrt gewähren musst. Also sprich, die Regel rechts vor links gilt. Und dementsprechend an der nächsten Kreuzung gilt die Vorfahrtregel rechts vor links. Kreuzen wir hier nur die letzte Antwort richtig an. Nicht zu verwechseln mit diesem Verkehrszeichen, welches dir ja Vorfahrt gibt. Das sieht schon fast ein bisschen ähnlich aus, aber auf dem Verkehrszeichen ist eine Rakete drauf und auf dem hier ist ein X drauf. Und so ein X, das kann man sich vielleicht so ein bisschen als Kreuzung vorstellen. Ja, und hier gilt die Vorfahrtregel rechts vor links. Okay, das waren alle wichtigen Fragen zum Thema rechts vor links für deine Prüfung. Falls du noch weitere Hilfe benötigst, empfehle ich dir hier meinen Videokurs. Da erkläre ich natürlich zu allen Themen, die in deiner Prüfung drankommen können, solche kniffligen Fragen und Antworten. Und ansonsten, wenn du noch ein bisschen mehr Unterstützung brauchst und sehr gut durch Zuhören lernen kannst, dann würde ich dir hier noch mein Hörbuch empfehlen. Da werden die Fragen mit den richtigen Antwortmöglichkeiten dann vorgelesen. Und die kannst du dann immer und immer wieder vorlesen lassen, bis du sie auswendig kannst. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann.